Tja ja, der neue Allround-Kopfschutz. Ein Plastik-Sieb. Da kann es zwar reinregnen, aber andererseits schützt es dich vor den Ziegelsteinen, wenn du spazieren gehst. Hui, was haben sie da eigentlich für einen edlen Kopfschmuck? Tja, ein Plastik-Sieb. Was soll das bringen? Es schützt dich vor den Ziegelsteinen. So, so, ist staatlich geprüft und getestet. Ach so, bald gibt's die Plastik-Sieb-Pflicht. Ach nein.